Hallo und herzlich willkommen. Mit JTLWaWi 1.4 haben wir einiges an der Ausgabe geändert. Unsere Warenwirtschaft beinhaltet Vorlagen für alle verwendeten Geschäftspapiere, wie zum Beispiel Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine. Die Vorlagen lassen sich nach Wunsch an das eigene Geschäft anpassen oder für bestimmte Kundengruppen individuell gestalten. Beim Update erhält JTLWaWi die neue Ausgabe 2.0 automatisch, die unsere Warenwirtschaft um viele Funktionen erweitert. Im heutigen Video gehen wir darauf ein, was Sie bedenken müssen, wenn Sie die neue Ausgabe benutzen. Ihre bisherigen Vorlagen sind von der neuen Ausgabe nicht betroffen und funktionieren weiterhin wie gewohnt. Um von den Neuerungen der Ausgabe 2.0 zu profitieren, ist es notwendig, neue Standardvorlagen zu erstellen. Mithilfe der neuen Funktionalitäten der Bausteine und des neuen Variablenbaums können Sie Vorlagen noch schneller und effektiver erstellen und bearbeiten. Bei einer Logoänderung ist es nur notwendig, das Logo im Baustein des Briefpapiers zu ändern. So müssen Sie nur einmal das Logo austauschen und es wird auf jeder einzelnen Vorlage übernommen. Als Beispiel wollen wir unsere Rechnungsvorlage bearbeiten. Unter Admin, Druck, E-Mail und Exportvorlagen finden wir die Einstellungen für den Formulareditor. Auf der linken Seite sehen Sie die neuen Vorlagensets, gegliedert in sogenannte Knotenpunkte, zum Beispiel Verkauf oder Rechnung. Wir suchen die Rechnungsvorlage und finden diese unter Beleg, Verkauf und Rechnung. Als erstes sichern wir unsere alte Rechnungsvorlage als VLG-Datei. Wir wählen die Standardrechnung aus und klicken auf die Schaltfläche Exportieren. In jedem Vorlagenset können Sie neben dem Standardvorlagenset auch weitere Vorlagensets hinterlegen. Zum Beispiel können Sie im Vorlagenset Angebot auch Angebotserinnerungen oder Angebotsvorlagen im Weihnachtslayout für die Weihnachtssaison erstellen. In den einzelnen übergeordneten Knotenpunkten ist es Ihnen möglich, sogenannte Bausteine zu hinterlegen. Diese Bausteine sind dann in allen Vorlagen unterhalb des Knotenpunkts verfügbar. Somit ist es sehr einfach, ein Briefpapier anzulegen und bei Bedarf zu ändern. Nachdem wir die globale Vorlage erstellt haben, klicken wir auf diese und legen eine neue Standardvorlage an. Fügt man den Baustein jetzt in alle Vorlagen ein, greifen diese auf die Variablen des Bausteins zu. Ändert man also ein Logo oder eine Variable, so werden alle Vorlagen automatisch angepasst. Eine Änderung an den Variablen führt folglich zu globalen Änderungen an allen Vorlagen, die den jeweiligen Baustein verwenden. Wir ändern jetzt das Musterlogo, indem wir einfach im Baustein Logo das Bild austauschen. Dafür öffnen wir im List- und Labeleditor unsere Standardvorlage, suchen in der Registerkarte Projekt, die Schaltfläche Bausteine und bearbeiten den Baustein. Neben den einzelnen Feldern können wir jetzt auch die Bilddatei austauschen. Die neuen Bausteine werden wie gewohnt als Element im Vorlageneditor angezeigt. Das Anpassen jedes Bausteins erfolgt über die zentrale Stelle, sodass die Bausteine garantiert überall gleich sind. Dies war das Tutorial zum Umstieg auf die neue Ausgabe in JTL-Wagi. Untertitelung des ZDF, 2020